guten morgen trader wir haben freitag die handelswoche geht ihrem ende entgegen in großen schritten und da wird es natürlich zeit zum einen für die nächsten handelsideen hier vor offizieller markteröffnung heute im us dollar nein im euro us dollar so rum im britischen fund schweizer franken und wir blicken auf den silber chart hier ist interessantes am gange das alles und natürlich der große chartcheck im dax im dao wir blicken auf den nasdaq auf den s&p 500 gerne wenn sie wollen auf das wti wir machen die große nachrichtenschau für die nächste woche was da alles an wichtigen informationen auf uns zukommt und im edukativen teil geht es heute im infight von bulle und bär um die tatsache wie finden wir denn in diesem bereich interessante trading möglichkeiten also genau das was ich jeden morgen mache beleuchten wir heute mal so ein klein wenig im edukativen part aber bevor wir hier reingehen und den risikohinweis auch besprechen den kennen sie ja der ist in gänse zur kenntnis zu nehmen und der handel mit devisen und cfds of margin der kann zu verlusten führen bevor wir hier jetzt weitermachen erst einmal guten morgen an alle live zuschauerinnen und zuschauer an dieser stelle und damit auch verbunden die einladung wer mag bitte in die chats reinschreiben auf go to webinar oder auch auf facebook welcher wunschmarkt da ist und da gehe ich sehr sehr gerne auch auf alles ein also läuft los und wir gehen gleich mal in die tages vorbereitung rein nämlich mit den tages nachrichten wir sehen es hier an dieser stelle in 41 minuten kriegen wir ein paar informationen ja seitens eines bank of england mitglieds daher wird eine rede gehalten in knapp einer stunde spricht der ezb vize also alles nachrichten die durchaus das potenzial haben die entsprechenden nachrichten beziehungsweise die entsprechenden währungen zu bewegen natürlich auch die zugehörigen indizes in großbritannien fällt uns da natürlich der uk 100 ein also der fuzi hier bei uns in europa ist es dann vornehmlich der dax beziehungsweise auch der eurostoxx 50 ein paar andere indizes haben wir ja auch noch also wer hier das ganze in den indizes auch mal schauen will hier guckt mal auf die liste im tickmill trading desk haben wir drin die us-märkte australien deutschland wir haben frankreich italien spanien die schweiz hongkong japan afrika und großbritannien man kann megamäßig viel schweden das ist ja auch der grund warum wir hier eine gute portfolio mischung machen können machen wir weiter 11 uhr und 10 auf die minute genau ist bundesbank präsident weit man mit einer rede angekündigt das war es dann erst mal am vormittag mit reden dann gibt es ein paar wirtschaftszahlen die kommen heute auch noch aus den usa und zwar zum einen hier den auftragseingang für die langlebigen güter um 16 uhr wichtige sachen thema konsumentenstimmung die uni michigan die gibt die konsumentenerwartungen für den september raus und natürlich auch das verbrauchervertrauen sehr sehr wichtig warum ist das wichtig weil natürlich der private konsum in den usa ein sehr sehr wichtiger wirtschaftspfeiler ist und wir sehen hier im letzten monat hatten wir eine 89 8 und die prognose ist ansteigend erwartet auf 92 schauen wir mal was da so kommt am abend dann entsprechend noch die coti reports das also mal ein grober blick auf das was wir heute hier an nachrichten erwarten können natürlich mit blick auf deutschland bisschen europa die usa und großbritannien andere währungspaare habe ich jetzt hier nicht auf dem schirmweg nachrichten das wird er in dieser morgensitzung einfach mal den rahmen sprengen das zu den tages nachrichten und bevor wir jetzt in die charts reingehen gucken wir noch mal ganz kurz auf das was wir diese woche bekommen haben montag haben wir bekommen den einkaufs manager index für das verarbeitende gewerbe da war die prognose eine leichte erholung gegenüber des vormonats 44 punkte hier der wert 41 4 was das war schon ein bisschen enttäuschung aber nichtsdestotrotz am dienstag kamen schöne nachrichten hier wir haben es gesehen der ivo geschäftsklima index der ist zum ersten mal wieder ein bisschen angestiegen 94 5 wurden erwartet 94 6 sind es dann gewesen das ist schon mal eine gute geschichte aber man muss bei dieser sache mal noch eines so ein bisschen mit beachten wir haben in diesen umfragen auch immer mal so ein bisschen das thema auch mit der mit dem mit den arbeitern dabei thema kurzarbeit und wir sind momentan das zeigen die aktuellen zahlen vom stand der kurzarbeit auf dem der letzten rezession das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen also gerade das produzierende gewerbe wird hier getroffen und das ist natürlich sehr sehr anfällig auch in bezug auf den export und deswegen hat man hier diese hohen zahlen das ist wichtig zu wissen einfach nur um das ganze mal einzuordnen also das thema kurzarbeit spielt momentan eine relativ große rolle und daran sehen wir natürlich dass wir hier an dieser stelle auch in einer momentan zumindest relativ schwierigen wirtschaftlichen situation sind nichtsdestotrotz die wirtschaft hat sich in den jahren natürlich auch ein bisschen verändert schwergewichte haben sich ein bisschen verschoben richtung auch it die dienstleistungen sind auch sehr sehr wichtig geworden deshalb stehen wir hier auch etwas anders da das conference board verbrauchervertrauen aus den usa ja das hat einen ordentlichen knick nach unten bekommen 134 waren erwartet 125 die aktuelle zahl das war deutlich nach unten eine überraschung gab es am mittwoch zweiseitig zum einen die hausverkäufe sind deutlich besser ausgefallen als das erwartet war die rohöl lagerbestände deutlich schlechter es war ein leichter rückgang erwartet worden um 200 knapp 50.000 millionen 250.000 barrel 2,4 millionen barrel war die zunahme das dazu brutto inlandsprodukten den usa bleibt bei zwei prozent also das thema haben wir hier durch und die schwebenden hausverkäufe die sind auch angestiegen also dem haussektor scheint es auch weiterhin recht gut zu gehen in den usa das sind ja gute nachrichten das sind auch immer so die sachen die einen so ein bisschen oder die 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 fett auch immer wieder so auf die uhr bringt wo man einfach sagt okay es gibt punkte wo man sagt da ist eine zinssenkung sehr sehr sinnvoll dann gibt es wieder punkte wo man besser sagt naja eigentlich brauchen wir sie noch nicht also so ein bisschen hin und näher ist da weiterhin dabei wir schauen was wird auf alle fälle geht das ganze jetzt in die weitere runde und etwas das sehr sehr wichtig bei den indizes auch ist ist das impeachment verfahren gegen trump mal gucken was daraus wird aber das kann die märkte deutlich negativ beeinflussen so genug dem gerede um die nachrichten wir gehen jetzt dahin wo wir uns eigentlich auch sehen wollen nämlich hier direkt im trading und wir starten hier mit dem währungspaar britisches fund schweizer franken wie immer der blick erst einmal ins große bild und da sehen wir klein Augenblick ich mache die runden marken mal noch aus dass die der chart etwas aufgeräumter aus wenn wir uns das große bild mal anschauen wir sehen sie auch schon drinnen übergeordnet die tendenz ist im ganz großen bild natürlich abwärts gerichtet hier das sehen wir sehr sehr schön schon relativ lange und wenn wir uns diesen letzten massiven schub hier nach unten mal anschauen ja da wissen wir einfach was los ist und das was wir jetzt hier sehen ist eine massive gegenbewegung die ist auch gut und die ist auch immer schön trade bar deswegen gucken wir auch immer mal auf die großen bilder hier in diesem bereich und wo sind wir reingelaufen hier mitten in dieses widerstands level um die 1 23 8 1 24 da gab es einen ordentlichen peaks drüber und danach ist der markt wieder nach unten gerutscht und das schauen wir uns jetzt mal eben auf tagesbasis an also diesen starken letzten peak hier nach oben also auch diese erholung die wir jetzt gerade so ein bisschen gesehen haben in der woche die ist ja hier oben reingelaufen auf die 124 773 im hoch also etwas über diesen widerstandsbereich und nun rutscht der markt hier unten drunter zusammen so nun kann man zwei dinge an dieser stelle sehen nummer eins ich klicke noch mal ganz kurz zurück die woche hier letzte woche das umkehrsignal diese woche das bestätigungssignal also der markt ist schon nach unten gerichtet das sieht man hier an dieser stelle auch sehr sehr deutlich heißt also wenn wir nach unten runter gehen dann haben wir hier ein paar level liegen die gucken wir uns jetzt gleich im tageschat an im tageschat ist aber noch nichts verloren warum ist noch nichts verloren schaut euch mal diesen trend hier an also der markt ist ja nicht einfach so in einem stück nach oben gelaufen sondern hat so ein bisserl nach oben hin getrendet und da sehen wir auch immer mal marken die eine gewisse relevanz hatten und eine dieser relevanzen ist hier momentan noch dieser bereich um die 1 21 9 25 hier gab es mal noch einen kleinen rutsch nach unten also die stunde ist definitiv auch schon gebrochen wir haben einen intakten abwärtstrend nur wenn wir uns das ganze für die woche anschauen müssen halt einfach sehen was passiert jetzt hier hier ist ein leichtes support level haben wir drüben schon mal angehalten da sind wir aufgestoßen und nach oben gelaufen hier sind wir jetzt am mittwoch aufgestoßen und wieder nach oben gelaufen donnerstag haben wir keine fallenden märkte gesehen und jetzt sehen wir so leicht die tendenz nach oben das heißt an dieser stelle der markt hat sich noch nicht entschieden ob er tatsächlich runter will oder nicht nimmt man mal diesen trend hier dann sehen wir wir sind in einer tiefen korrektur kommt hier die umkehr haben wir durchaus wieder die chance etwas nach oben rein zu laufen das heißt hier zunächst einmal ans tageshoch bei 1 23 6 1 entschuldigt 1 23 1 6 9 hier haben wir dann wieder das widerstands level um die 1 23 8 und dann haben wir natürlich noch auf dem schirm hier oben 1 24 7 7 3 also das sind so die dinge die wir da entsprechend auch mit da haben und an dieser stelle sehen wir halt das ganze rein gelaufen auf die oberseite wenn wir da oben ran laufen kommt es aber nicht dazu bricht der markt durch das wäre dann die definitive bestätigung dass wir die unterseite forcieren kurzfristige anlaufmarker haben wir dann hier unten an den los die wir so ein bisschen sehen auch im stunden trend mit blick aufs große bild möglicherweise leichter support hier an diesem großen aufwärts schub bei 1 20 8 und hier unten dann entsprechend bei 1 18 5 bevor wir uns dann hier aufs tief bei 1 16 7 für 0 zu bewegen das an dieser stelle natürlich der blick in den tageschart das im britischen fund schweizer franken so dann rutschen wir rüber wir starten mal mit dem silber auf der uhr euro gucken wir uns gleich an die elena ist schon ganz hippelig mit der habe ich nämlich gestern auch über euro us dollar gesprochen weil unsere trading ideen hier momentan in diesem bereich auch sehr sehr schön aufgegangen sind wir hatten da besprochen was wir hier auch machen können in den morgendlichen briefings aber wir schauen erst einmal auf silber und silber silber ist sehr sehr spannend im moment warum ist silber spannend ganz klar hier an dieser stelle wir haben hier im großen bild erst mal schön einen aufwärtstrend und dann hat sich hier ein gegentrend gebildet ein abwärtstrend den sehen wir hier in rot markiert und dann ist der markt schwupps übers hoch hier drüber gegangen hat den trend gebrochen dass das hoch markiert bei 18 74 und dann was passiert jetzt jetzt verkauft der markt massiv ab das passiert immer wieder auch wenn wir korrelationen sehen zum aktienmarkt allerdings ist hier jetzt noch nichts verloren wir kommen zwar tief runter aber solange wie wir hier unten nicht unter die 17 40 fallen haben wir immer noch die chance nach oben zu laufen im kurzfristigen bereich heißt das wenn der markt tatsächlich rumdreht dass man sich hier im bereich dieser tages hochs orientieren kann hier ich lege sie einfach mal kurz oben drauf also hier an dieser stelle ich muss mal kurz die zahlen weg nehmen hier oben sonst rutscht der und sonst wohin also hier an den stellen wo die tages hochs entsprechend auch liegen die marker die sind dann natürlich interessant für den auflauf erst einmal nach oben wenn es eine gegenbewegung geben sollte wie ich schon gesagt die chance ist noch da aber aktuell sehen wir einfach einen deutlichen abverkauf von dem was hoch gegangen ist das heißt brechen wir hier drunter unter die 17 4 die stunde ist nämlich schon wieder abwärts gerichtet dann also 17 40 dann ist effektuell nicht eventuell dann ist effektiv hier der trend nach unten deutlich aufgenommen anlaufpunkte haben wir hier zwischen 16 82 und 16 65 erst einmal da das heißt dann geht es in die tiefere schübe nach unten und das ist dann halt auch das bild wenn wir uns mal kurz die woche anschauen wir sind ja hier deutlich massiv nach oben gelaufen wir korrigieren hier diesen starken starken schub nach oben und da haben wir halt anlauf level wie schon gesagt das korrektur tief hier unten also dieser bereich 16 65 16 82 in diesem drehbereich da ist unterstützung erst einmal da die wir hier durchaus an laufen können wenn wir uns das wochenbild mal anschauen das spricht schon bände also wir sehen hier ganz klar dass momentan die höheren kurse immer zum abverkauf genutzt werden und das favorisiert natürlich immer wieder hier die unterseite und wer das ganze im kurzfristigeren bereich auch betrachten möchte wir haben in der stunde immer wieder schöne möglichkeiten aus den korrekturen rein in den markt zu gehen wir sehen wie schön der markt hier trendet und das ist natürlich das interessante und wir sehen halt auch wie schnell die stopplevel hier abkassiert werden und da ist doch noch einiges an potenzial zur unterseite da wie schon gesagt der nächste anlaufpunkt hier unten das tief um die 17 40 das ist das was wir hier aus den charts so ein bisschen mit rausnehmen können und damit gehen wir direkt rüber in den euro us oder ich klicke gleich nochmal auf den tageschart weil das ist ja das was wir sehen wollen und was wir auch brauchen zum thema handels idee also das bild an dieser stelle weiterhin logischerweise auch wenn wir das in der woche sehen abwärts gerichtet da gibt es keine diskussion der markt läuft hier schön nach unten die trends funktionieren momentan in hervorragender manier und wir hatten hier das letzte mal im euro hier drüben gesprochen als wir hier oben gestanden sind also hier in diesem unterstützungsernenten diesem widerstandsband so rum wir sind auch mal kurz drüber gespiked nach oben hin aber nichtsdestotrotz der abwärtstrend ist weiter schön intakt der markt hat lange gekämpft mit der 1.11 der markt hat eine ganze weile gekämpft mit der 1.10 und jetzt sind wir drunter und wir stabilisieren uns mittlerweile auch etwas drunter das heißt wir haben hier schön den bewegungsverlauf nach unten gesehen wir sind hier und das jahrestief auch drunter gegangen gestern im schluss bei 1.09 089 und wir sehen es der markt ist jetzt auch so ein bisschen auf dem weg nach unten wie es jetzt weiter geht kommt so ein bisschen darauf an kurzfristigen bild das mittelfristige bild ist definitiv abwärts gerichtet nach unten der nächste anlaufpunkt jetzt wird es mal ein bisschen klein also ein bisschen ja die sehschärfe einstellen hier drüben aus dem jahr 2017 haben wir den nächsten anlaufbereich nach unten ich mache es mal kurz auf die woche ich hoffe man kann es da etwas besser sehen hier in der chartistorie hier drüben diese marke die war erst widerstand dann support die 1 0 8 4 das ist der nächste anlaufpunkt den wir auf der unterseite haben der als unterstützung gelten könnte bricht es dann weg wir sehen es hier unten haben wir schöne level liegen in diesem bereich wo wir wirklich ran laufen können ich will hier nichts beschreien wir sehen und hören in den medien auch immer wieder ja parität und so weiter und so fort ob es kommt ich habe absolut keinen plan ich weiß es nicht keiner von uns weiß es wir orientieren uns lieber an dem was wir relativ greifbar haben und das ist nun mal der fakt relativ nahe haben wir die 1 0 8 4 als support liegen und wir haben jetzt das trendtief hier unterschritten und gehen in die bewegung rein nur der euro us dollar wäre nicht der euro us dollar wenn er uns nicht hier manchmal wie eine kleine ich sag mal zicke in diesen bereichen hier ein bisschen veralbern würde und hier ein hin und her springen machen würde sehen wir ähnliches wie das was wir hier in der vergangenheit auch immer schon mal gesehen haben muss man natürlich die oberseite auch immer so ein bisschen was im blick haben das heißt diejenigen die jetzt hier unten auf die short seite gewechselt sind und mit diesem fortsetzung straight nach unten rein gelaufen sind die brauchen natürlich etwas geduld das heißt da muss man das stopp management im sinne dieses großen trends auch weit genug weg legen damit man auch die ruhe hat und das ganze beibehalten kann ja es nützt nichts wenn wir uns hier sagen okay wir wollen diesen großen trend hier traden und sichern unsere position dann im stundenchart ab obwohl wir eher in die woche rein traden das ist totaler käse das passiert sag ich mal etwas unerfahrenen tradern immer wieder man man sichert sich viel zu nah ab der markt stoppt ein durch ganz normales grundrauschen aus und danach läuft das schön in seine richtung weiter dass das hängt einfach mit dem stopp management zusammen und das ist eine andere geschichte wir schauen jetzt hier auf das was im markt weiter passieren kann wie schon gesagt die unterseite haben wir schön besprochen und die oberseite da haben wir anlaufpunkte wenn wir uns mal diesen schwung bereich anschauen der nächste größere anlaufpunkt den haben wir hier oben um die marke von 1 10 2 3 9 beziehungsweise einmal hier das tages hoch von gestern um die marke von 1 0 9 6 7 2 und deswegen weil wir hier unten ja auch umdrehen können schauen wir uns jetzt eben mal noch den stundentrend an und der stundentrend das sehen wir der läuft hier so ein bisschen flach jetzt der flacht hier so ein bisschen ab hier scheint sich so ein bisschen leichter boden zu finden wenn wir kurzfristig hier drüber laufen haben wir schon chancen mal in richtung tages hoch reinzulaufen also hier das ist dieser bereich hier oben also um die marke von 1 0 9 6 7 das ist das tages hoch was wir hier von gestern haben das können wir durchaus auch anlaufen hier oben also diese marke hier das ist der weg hier oben hin und das ist das was wir in der stunde sehen können und wenn die bodenbildung tatsächlich kommt und dieser kleine rückschnapper da ist dann sehen wir halt hier in der stunde diese spikes nach unten und das ist das wenn wir uns das jetzt mal in der kleineren zeiteinheit angucken beispielsweise in den 15 minuten dann haben wir so eine leichte schulterkopf schulterformation und dieser bereich hier drin ist jetzt wichtig diese nackenlinie springen wir tatsächlich hier drüber dann könnten wir durchaus einen rückschnapper sehen in den 5 minuten und dann haben wir hier in den 15 minuten manchen dann haben wir hier schön anlaufpunkte an diesen hochs mit da auf dem weg nach oben also es ist tatsächlich etwas potenzial da man muss sehen ob die verkäufer seit jetzt wirklich gnadenlos drauf prügelt und den markt nach unten schiebt oder aber ob wir wieder zum zögerlichen rückschnapper sehen wir werden sehen was da kommt auf alle fälle ist der markt momentan weiterhin im großen bild abwärts gerichtet und die verortung gibt doch die chance auch auf einen rückschnapper das hier im währungspaar euro us dollar so jetzt schaue ich mal rein die handelsideen sind durch ob wir fragen haben gut das sieht so aus nein da haben wir gerade im facebook keine fragen im go to webinar auch keine fragen das heißt was wir jetzt machen wir schauen einfach mal jetzt in die großen charts hinein das heißt wir blicken auf den dax auf den dao auf den nasdaq auf den s&p 500 an dieser stelle heißt also große chartanalyse und wie schon gesagt der dax ist auch immer wieder mit dabei ganz einfach weil es unser heimatindex ist und wir sehen hier auch wie schön die sachen funktionieren wir hatten ja ich glaube gestern war es gewesen im dax darüber gesprochen wie muss es denn aussehen dass wir tatsächlich nach oben laufen der abplatz trend in der stunde muss gebrochen werden dass wir die chance langsam nach oben zu laufen darauf musste man einfach in ruhe warten um vernünftige setups zu machen und genau das ist auch passiert hier sehen wir noch schön drinnen was wir gestern morgen besprochen hatte ich hatte ja gesagt bevor wir nicht hier oben drüber laufen ist dieser abwärtstrend noch nicht beendet ja und deswegen war es da riskant hier rein zu gehen auf die long seite ohne dass der trend uns schon anzeigt es läuft nach oben jetzt haben wir allerdings die situation dass wir nach oben gelaufen sind bzw auf der oberseite stehen und das ist interessant und wenn sich das ganze entsprechend auch fortsetzt dann haben wir schon chancen hier zum wochenabschluss weiter schön nach oben rein zu laufen das heißt ich zeichne es mal kurz ein federführend in der stunde ist jetzt hier entsprechend dieser aufwärts laufende markt der war hier auch mal ein bisschen tingelig zwischendrin aber wir haben einen schönen aufwärtstrend mit da der steht aktuell in seiner korrektiven phase wie schon gesagt hier haben ein leichtes support level drinnen und die fortsetzung die hat natürlich auch einiges an potenzial mit nach oben drinnen das heißt hier erst einmal natürlich das trend hoch in der fortsetzung und dann haben wir hier oben schon die nächsten marker stehen das heißt ich ziehe es einfach mal kurz nach oben hier im stundentrend die hoch das sind interessante anlaufmarker die wir dann da haben ich bin gespannt was der markt macht aber auf alle fälle ist das schon mal schön zu sehen was wir hier zumindest im kleinen rahmen sehen und jetzt schauen wir uns das ganze noch mal etwas im größeren bild an da haben wir nämlich jetzt aktuell das hatte ich ja gesagt ganz normal am laufen die korrektur dieser großen phase das ganze hat hier untergeordnet schön getrendet das heißt wenn man mal diese größe hier sag ich mal zur rate zieht und das als abwärtstrend hier sieht dann sieht man schon das was momentan da ist ist gegenbewegung es läuft aber in richtung dieser großen übergeordneten sache das heißt das ist sehr sehr interessant und jetzt wird es halt sehr schön zu sehen was passiert hier oben am hoch bei knapp unter 12.500 zählern schafft es der markt tatsächlich drüber dann wäre das ein sehr sehr positives zeichen weil dann können wir in die nächsten level reinlaufen hier oben die 12.600 12.660 punkte die wir hier oben drinnen liegen haben das wären dann die nächsten anlaufpunkte auf dieser marke hier an dieser stelle also das haben wir hier optimismus ist wieder vorhanden die frage ist halt einfach nur schaffen wir es hier drüber oder nicht um das große bild fortzusetzen müssen wir es hier drüber schaffen prallen wir ab wäre das ein bisschen ein etwas schwierigeres bild und ich denke das wird auch viel mit der nachrichtenlage zu tun haben was in zukunft auch kommen wird also es bleibt weiter ein thema der handelsstreit zwischen china und den usa der belastet mittlerweile auch die weltwirtschaft und natürlich was auch belastend wirkt ist wirklich das thema wahlkampf in den usa mit dem amtsenthebungsverfahren das könnte durchaus ungemütig werden und wenn es da den dau nach unten zieht dann wissen wir ja dass wir hier definitiv mit hoher wahrscheinlichkeit auch den dax nach unten sehen werden das ist so ein bisschen ja ich sage ich mal die politische sachlage aber mit den dingen müssen wir einfach umgehen als trader und das können wir ja auch also das mal der blick hier in den dax dann wechseln wir rüber in die us-märkte machen wir hier mit dem dow jones an dieser stelle weiter den sehen wir momentan hier in naja ich will mal nicht sagen unentschlossenen phase aber es ist einfach eine seitwärtsphase wir sehen hier groß oben diese kerze im großen bild sind wir weiter aufwärts gerichtet wir sehen hier momentan die korrektur nach unten laufen und wir haben hier diese sehr sehr große kerze vom 24 also das war am dienstag dieser woche die hat ein weites ausmaß genommen und seit diesem großen ausmaß hier mit dem hoch bei 2000 ja bei 27 126 und dem tief bei wo haben wir es gab 26 713 das sind die marke die wir hier zu beachten haben das heißt hier oben ich kling das mal kurz oben rauf also hier und an dieser stelle hier unten das sind die marke die wir momentan auch brauchen da läuft es hin und her wir sehen auch hier dieses unterstützungsband in der stunde das hat geholfen dass der markt sich darüber stabilisiert aber nichtsdestotrotz wir sind hier weiterhin abwärts gerichtet das heißt die korrektur ist weiter im gange wir haben natürlich immer die chance so weiter nach oben zu laufen aber durch diesen breiten schub hier ist der markt natürlich eine hohe volatilität eingetreten und da müssen wir einfach mal schauen was hier so kommt also wir sehen es ja hier der markt ist hier erst aufgetrendet dann hat das gebrochen jetzt scheint so als wenn er wieder hoch läuft also es ist ein hin und her und wenn wir uns das ganze bild mal anschauen dann sehen sie was ich meine wir trenden hier weiter abwärts das heißt wir schauen uns das ganze mal kurz an ich nehme es einfach mal rüber dann wird auch etwas klarer was ich meine an dieser stelle also der markt der trendet hier weiter schön nach unten und wir sind hier momentan halt in der korrektur noch dieses abwärts gerichteten marktes und das ist das was wir momentan einfach sehen dass der markt immer mal wieder noch die unterseite bespielt und solange wie wir nicht wirklich oben drüber rauslaufen also aus der außen kerze auch rauskommt so lange sind wir so ein bisschen da drin gefangen und das ist zu klein wenig das thema der unsicherheit das mit blick auf den dow jones und damit gehen wir in den größeren us-index rein nämlich in den s&p 500 das bild sieht hier muss ich sagen nicht anders aus wir haben hier mittlerweile allerdings schon ein bisschen den support bereiche unten getestet diese marke muss sich unten mal etwas grün einfärben weil wir hier natürlich unten reingelaufen sind und wir erfahren hier um die marke von naja 2960 zählen momentan auch wieder unterstützung wir sehen es der markt ist hier schon mal reingelaufen als der trend sein korrektur tief gemacht hat und hat support bekommen jetzt sind wir hier runter getrendet also auch hier ein abwärtstrend ist definitiv ersichtlich wo hat er angehalten sehr sehr schön hier in diesem low das heißt es ist immer noch im grünen bereich aber sollten wir drunter fallen da müssen wir einfach schauen dann bekommen wir tiefere korrektur der markt ist auch hier unsicher wir sind hochgelaufen ans allzeithoch und hat direkt der abverkauf eingesetzt also es sieht ein bisschen so aus als wenn wir unsichere zeiten noch haben wenn sich das ganze nach oben auflöst hier der support getragen hat dann haben wir weiterhin alle chancen nach oben aber man muss sehen was hier unten in diesem support bereich passiert wie schon gesagt das wird der markt entscheiden und wenn wir uns die stunde anschauen dann sehen wir auch hier im s&p 500 weiterhin den markt nach unten trenden hier im großen bild auch das darf ich einmal kurz skizzieren an dieser stelle ich mache es mal hier durch die untergeordnete sache in magenta farbe dass wir es im tageschat auch schön sehen können also wir sehen den markt der trendet auch hier nach unten er spiked immer mal etwas die extreme an und auf aber nichts desto trotz wir sind hier weiterhin im großen übergeordneten bild noch abwärts gerichtet das wird sich erst dann erledigen wenn wir wirklich eine deutliche dynamik nach oben sind schaut euch das mal an hier aufwärts trend gebildet in der stunde gebrochen jetzt scheint er wieder hoch zu wollen aber es ist weiterhin unsicherheit vorhanden und das ist das was ich hier durch die indizes durch weg zieht dieses bild sehen wir auch im nasdaq 100 hier auch im tageschat und hier sehen wir sogar dass dieser trend den wir hier nach oben laufen hat der ist definitiv gebrochen komplett unten rausgenommen das heißt an dieser stelle haben wir kurzfristig erst mal wieder einen abwärts gerichtet markt auch auf der tagesbasis ja das kennen wir ja vom nasdaq der läuft immer mal ein bisschen anders als die großen anderen indizes bzw der s&p 500 und der dau also hier ist der markt momentan auch abwärts gerichtet und wenn wir uns die stunde anschauen dann sehen wir halt wir müssen oben drüber kommen die volatilität ist auch relativ stark und wir haben jetzt hier mal wieder die august box getestet es bleibt hier ein hin und her das sind die dinge die wir hier in den großen indizes entsprechend sehen so gut weitere fragen haben wir nicht das heißt an dieser stelle sind wir erst einmal mit dem großen marktcheck fertig wir machen jetzt mal noch die nachrichten für die kommende woche weil die gibt es natürlich auch wir starten am montag mit den veränderungen der arbeitslosigkeit in deutschland das gibt es montagmorgen kurz vor zehn halb elf kriegen wir aus großbritannien das thema brutto inlandsprodukt auf den tisch am ersten oktober gibt es den einkaufsmanager index für das verarbeitende gewerbe in deutschland in großbritannien in der eu bekommen wir den verbraucherpreis index und den ism einkaufsmanager index am nachmittag in den usa für das verarbeitende gewerbe weiter geht es am mittwoch 2 oktober einkaufsmanager index für das baugewerbe aus großbritannien in den usa geht es mit arbeitsmarkt weiter das heißt wir bekommen den adp beschäftigungsänderung die rohöllager bestände bekommen wir das sind die wichtigsten daten am mittwoch am donnerstag dann feiertag in deutschland aus großbritannien gibt es den einkaufsmanager gesamtindex und für die dienstleistung und aus den usa bekommen wir den ism einkaufsmanager index und am freitag da ist nonfarm payroll tag da bekommen wir aus den usa die beschäftigung außerhalb der landwirtschaft und die aktuelle arbeitslosenquote also das die schau in die kommende woche von den nachrichten her und damit gehen wir jetzt noch mal ganz kurz in die charts zurück wir haben nämlich noch eine kleine frage bekommen und zwar zum neuseeland dollar kann dollar das mache ich natürlich direkt noch mit rein neuseeland dollar kann dollar hier gleich auch mal wieder in den tageschart rein und damit gucken wir mal was hier passiert so neuseeland dollar kann dollar da ist er ich entscheide mich mal spontan einen anderen chart zu nehmen der sieht mir hier zu hässlich aus da ist viel zu viel drinnen gucken wir mal dass wir hier ein etwas saubereres bild bekommen also hier neuseeland dollar kann dollar so hier ist er ziehmann rüber jetzt haben wir hier einen schönen sauberen chart so was sehen wir was haben wir gucken wir uns den tageschart mal an wir sehen seit langer langer zeit hier einen abwärts gerichteten markt das gleiche bild sehen wir auch sehr sehr schön im ganz ganz großen bild der woche und hier in der woche sehen wir momentan das ist auch ein grund warum ich bei solchen starken schüben auf tagesbasis auch immer erst einmal in die großen zeiteinheiten rein gehen wir sehen hier auf der woche einen abwärtstrend das ist ganz klar der dauert auch schon eine ganze weile an und wir sehen allerdings die aktuelle verortung und die aktuelle verortung ist die dass wir hier unten ein support band haben hier in diesem bereich und wir sehen es wenn der markt so weit nach unten gekommen ist dann sehen wir häufig auch mal zum trampolineffekt unten am support und wir sehen halt auch hier dass dieser bewegungstrend den wir hier haben relativ weit gelaufen ist das heißt wenn wir uns das mal anschauen haben wir hier unten schon die chance hier einen abprall nach oben zu bekommen aber das ist natürlich dann immer nur kurzfristiger natur weil der markt kann doch deutlich weiter nach unten gehen also wie schon gesagt diese support bereichen den wir hier unten haben der ist auch schon ein bisschen älter der ist ja auch mal berührt worden im jahr 2015 und was wir hier unten auch noch sehen ist die tatsache dass es damit noch nicht zu ende ist das heißt dass wir hier an dieser stelle schon noch hier unten einen spike gehabt haben der hier in 2015 sogar noch deutlich tiefer gelaufen ist also wir haben die unterseite noch nicht vollständig abgearbeitet auf dieser seite und wir sehen halt auch dass wir hier auch weitere potenziale zur unterseite haben also dieser spike in diesem drehbereich ist da und dann haben wir hier unten weitere anlaufpunkte also hier ist noch nichts zu ende das ist das was wir im großen bild sehen jetzt gehen wir noch mal zurück in den tagesschart oder wieder zurück in den tagesschart und da schauen wir uns einfach mal an was hier an dieser stelle läuft und hier sehen wir momentan dass der markt auch hier ein bisschen was nach unten trendet aber wie schon sagt hier im support level ist und jetzt gucken wir uns mal kurz das verhalten der marktteilnehmer der letzten tage ein und da sehen wir schon dass das ganze hier abflacht wir sehen es hier wir sehen immer mal so ein paar kleine schübe nach oben hier in etwas größerer luft hole aber der abwärtsdruck ist weiter intakt und an der stelle muss ich sagen ich bin mir ein bisschen unschlüssig wie das ganze hier weiter geht hier kann man relativ wenig zusagen weil das ganze läuft momentan wirklich einfach nur seitwärts hier in diesem level und diese phasen können sich halt immer in beide richtungen auflösen wir können den direkten move nach unten bekommen es kann aber auch ein rücksetzer nach oben wenn es einen rücksetzer nach oben tatsächlich geben sollte dann können wir uns gut und gerne daran orientieren was wir haben das heißt wir haben hier in diesem bereich sehen wir hier das korrektur hoch das liegt auch hier in einem bereich der hier drüben schon mal etwas angetestet wurde das ist die marke von ungefähr 0 85 das ist durchaus drinnen wenn der markt kurzfristig nach oben läuft das muss man einfach sehen also an der stelle hier jetzt es kommt immer darauf an auf welcher zeiteinheit man das ganze traden möchte wie schon gesagt das große bild ist abwärts gerichtet und die woche wird definitiv bestätigt wenn wir hier unters wochentief drunter fallen dann haben wir die weitere fortsetzung dann geht der gang nach unten weiter und wir haben ja noch einiges an potenzial und der rücksetzer nach oben der wird entschieden wenn wir hier oben drüber laufen das heißt da wird es wichtig zu sehen was hier passiert hier müssen wir drüber weil dann bildet sich untergeordnet das sehen wir schön in der stunde ein aufwärtstrend der dann aktiv ist und dann haben wir doch die chance erst einmal wenigstens hier in dem bereich um 0 85 nach oben zu laufen also das ist das was wir in der stunde entsprechend auch sehen hier ist der rücksetzer die korrektur und wie schon gesagt wenn wir tatsächlich es schaffen hier oben drüber zu laufen dann haben wir erstmal einen aufwärtstrend und wenn der auch noch das letzte korrekturlevel hier drüben raus nimmt dann haben wir die chance ein stück weit nach oben zu laufen da gilt es erstmal ein bisschen vorsichtig zu agieren ein bisschen geduldig zu sein aber wir haben die chance da nach oben zu laufen aber erst hier oben drüber alles andere ist noch hin und her geplänkelt das also hier an dieser stelle zum neuseeland dollar kann dollar gut ich hoffe das hat ein bisschen einblick gegeben und wir machen damit weiter was wir am freitag immer machen wir gehen jetzt in den edukativen part rein hier top trading chancen finden bulle und bär verraten uns wo auch wie gewohnt an dieser stelle wie immer auf facebook gibt es jetzt einen ganz kleinen break ich mache ein zweites video damit das am ende leichter findbar ist hier unsere zuschauerinnen zuschauer auf goto webinar bleiben einfach kurz am schirm mit dran da mache ich keine unterbrechung da schauen wir nur zu wie ich sozusagen hier den stream ändere also bis gleich live zurück im edukativen part